So Leute, wie ist der Rocks und zwar mit der nächsten Challenge von Tokiko Senpai oder auch Hoshi genannt und ja, wie schon gesagt, ich werde anfangen zu singen und zwar jetzt. Oh mein Gott. Was ihm du jetzt erwachst, dann bin ich leicht, doch ich weiß doch gar nicht. Oh mein Gott. Durch die Wolken dringt ein Licht, der Himmel wird klar. Du erkennst das Zeichen, nichts ist mehr so, wie es früher war. Du wirst unbesiegbar sein, der Beste sein, deine Zeit wird kommen. Der Tag ist nicht mehr weit, die Stärke macht, bringt dich voran. Du hast es fast geschafft, du bist so Mann. Wir sind bei dir, doch eines war Leid und sie macht Dragon Balls. Oh mein Gott. Räuber, Diebe, gehen auf Ganoventour. Doch zwei ganz Liebe sind schon, auch wie ihrer Spur ist der Fall auch schwer. Der Blick auch weit, die sind stets für dich bereit. Ch-ch-ch-chip on chap, Ritter des Rechts. Ch-ch-ch-chip on chap, dem Bösen geht es schlecht. Okay. Oh mein Gott. Tögt der Löwen. Ich habe ihn doch gerade gesehen, der Film. Und ich will jetzt gleich König sein. Oh mein Gott. Ach die Scheiße. Darkwing Duck. So ein vollkommen sofort geflogen. Darkwing Duck. Zwei. Risiko. Darkwing Duck. Ich hoffe, meine Eltern wachen nicht auf. Oh mein Gott. Jetzt hört er mich so los quatschen. Aber egal. So, nächstes Lied. Das war's. Ah, die Anime-Ax. Und die Anime-Ax. Und die Anime-Ax. Und drei waren es ja. Ein Mädchen auch. Der eine war klein und hat ne Mütze auf. Der andere der ist groß. Und ne, keine Ahnung. Und die kleine Schwester, die war ziemlich nervig. Da, 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 da. Die Animaniacs Ich kann das Lied einfach nicht Was war das? Oh, okay Wenn sie erscheint Wird meine Welt strahlend hell Bin atemlos Und auch mein Herz steht still Oder so Sie ist nicht zu fassen Denn sie ist wie ein Geheimnis Das hier niemand kennt Sie sucht die Dämonen und Schatten Sie zu kämpfen ist ihr Element Wie ein Stern Aus einer entfernten Welt Oh mein Gott, ich kann das Was war das jetzt nochmal? Big Nana nicht zurück Sei bereit Oh mein Gott, oh nein Ich kann diesen Text nicht so ganz Aber ist ja auch egal Oh mein Gott, nein Oh mein Gott, nein Oh mein Gott, das kam voll überraschend Das kann wirklich überraschend heißen Das Opening finde ich so toll Eigentlich finde ich alle Openings geil Das ist doch Friends Ja, das ist bestimmt Friends Was darfst du? Fack, wie fände ich an wer das ist Oder was das ist Luni-Tools glaube ich Oder Tiger-Tools Oh Gott, es kommen Sachen die ich nicht kenne Das ist sowas von schrecklich Ich kannte dieses Opening nicht Aber es klingt toll Oh mein Gott, das ist sowas von Oh mein Gott, wie krass ist das? Ich liebe dieses Lied Oh mein Gott, wie krass ist das? Du musst noch viel erleben Du musst diesen Test bestehen Es kommt der Tag, an dem du dein Ziel erreichst Ein Digimon wird dich begleiten Der beste Freund in allen Zeiten Ihr seid ein Team Werdet alle Abenteuer bestehen Auf 술 Oh man, das ist ein Scheiße Doch wir wissen nicht, was quadern sein wird Le hee, deinen Traum, wenn der wird wahr Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr Alles, wasou wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist Ja, greif nach den Sternen, du bist bereit Glaub an dich, bald ist es soweit Wir werden bei dir sein Bleibereit Ach Gott, danke schön fürs Zuhören, wie beim letzten Mal Ja, also dann, tschau Leute, bis zum nächsten Video, tschüss